Hallo! Wir bedanken uns für die Nominierung der Kreuzvorger's Grill Challenge von der Freiwilligen Feuerwehr Kürsheim. Wie ihr seht, hat die Freizeitersentscheidung unsere Feuerwehr nicht gleich besetzt. Lebt tun, ich stinkst dauer. Wir nominieren die Freiwillige Feuerwehr Wipfrag, die Freiwillige Feuerwehr Leuzes und die Freiwillige Feuerwehr Wadersleben. Ihr habt nun eine Woche Zeit, um ein ähnliches Video zukommen zu lassen. Macht ihr das nicht, ladet ihr uns bei einer Grillparty ein. Ja, dann, viel Erfolg!